Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier aus dem Pogipsi-Network-Studio am Montag, dem 11.03.2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 578. Und ja, ich habe heute die folgenden Themen mit dabei. Windows 10, Elon Musk, Google+, Spotify, Lizenzabgaben, Disney Plus und Qualcomm. Wer an diesem Wochenende ein bisschen im Web unterwegs war und ein bisschen technisch interessiert ist, Windows und Windows 10, Microsoft generell, auf dem Schirm hat, der ist sicherlich auch über einen Artikel gestolpert, dass es ein Twitter-Nutzer, also ein Mensch da draußen, der auch Twitter nutzt, einen Erfolg hatte, nämlich Windows 10 auf einem Google Pixel 3 XL laufen zu lassen. Das ist wie, wenn ihr denn nicht nur die Überschrift gelesen habt, ein bisschen hochgegriffen, denn es hat tatsächlich jemand geschafft, nachdem er es nicht geschafft hat, auf irgendwelchen Lumia-Geräten Windows 10 zu installieren, generell geht ja Windows 10 auf allen ARM64-basierten Plattformen, hat er es dann eben versucht, auf einem Google Pixel 3 zum Laufen zu bringen. Das ist aber nur soweit gegangen, bis und mit zu der Konsole. Weiter startet das Ganze noch nicht. Es fehlen ihm noch einiges an Treiber und hier ist natürlich jetzt die Community gefragt, möglichst schnell möglichst viele dieser Treiber richtig anzupassen, sodass das Ganze dann eben auch lauffähig wird auf einem Google Pixel 3. Das wäre doch mal spannend da drauf. Was aber schon mal nicht funktioniert, wie man mitbekommen hat, es soll keine Notch-Unterstützung geben. Wir gehen weiter zu einem nächsten Thema, zu einem Dauergast unseres kleinen täglichen Tech-Podcasts, Elon Musk, der ja nicht mehr ganz vorne dran dabei bei Tesla. Man hat ja immer wieder mal Probleme, weil er gewisse Dinge twittert. Mitte des letzten Monats hat er wieder mal eine Zahl rausgehauen, wie viele Geräte oder wie viele, ja genau, wie viele Autos sie in diesem Jahr raushauen möchten. 500.000 an der Zahl hat er rausgehauen. Kurz vor hat Tesla selber 400.000 kommuniziert und er ist dann natürlich zurückgerudert und jetzt wollen ein paar Anleger Geld sehen von dem jungen Herrn und ihn auch dazu auffordern, nicht mehr über Tesla Internas quasi zu twittern. Wir dürfen gespannt sein, wie es da weitergeht und was bei der Klage rauskommt. Der Google Watch Blog ist ein deutscher Blog, der sich vor allem um Themen like Google handelt, logischerweise. Steht ja im Namen drin. Und die haben sich Google Plus ein bisschen angeschaut. Der Grund, weshalb sie das getan haben, ist der relativ einfache. Heute, acht Tage zurück, ein Monat in der Zukunft wird Google Plus eingestellt. Am 2. April 2019 ist es soweit, dann ist wirklich Google Plus Geschichte. Und bei ihm zumindest ist es nicht so, dass die Aktivität da groß abgenommen hat. Man teilt zwar nicht mehr so viele Beiträge da, aber man bekommt immer noch einiges an Klicks von der Stelle. Ich nehme an, das wird unter anderem damit zusammenhängen, dass wenn man ein bisschen was googelt und selber auch ein Google Plus Konto hat und der einen oder anderen Seite folgt, ziemlich schnell auch mal auf der ersten Seite neben normalen Suchresultaten, wie eben Links nach Blogs und Webseiten etc., Zeitschriften, Magazine und auch Zeitungen findet man auch eben Google Plus Beiträge und somit landet man natürlich dann auch da drauf. Spannenden Einblick in die Zahlen, die sie da so gegeben haben. Vor allem, wenn man sieht, dass sie eigentlich auf Social Media fast keine Community haben, die aktiv irgendwie, ja, ihnen hilft, den ganzen Content zu teilen. Das Ganze geht über alle möglichen anderen Wege. Aber ja, es ist eine Google Firma und Google hat, also eben, Google Firma ist nicht ein Blog über Google Themen und Google hat ja selber kein Social Network. Somit eigentlich auch logisch, dass das Ganze über die Suche, über Google News etc. zusammenkommt, was das anbelangt. Spotify hat ja schon im letzten Jahr eine Partnerschaft mit Samsung ausgerufen und die haben sie jetzt intensiviert. Alle Geräte der aktuelleren Generation, das ist das Samsung Galaxy S10, S10 Plus, S10e, S10 5G, was ja dann im Sommerfrühling, Endefrühling kommt, das Galaxy Fold, was ja dann auch im Sommerfrühling, Endefrühling irgendwann kommt, das und ein paar ausgesuchte Galaxy A Modelle, welche sie auch am Mobile World Congress vorgestellt haben. All diejenigen bekommen Spotify vorinstalliert. Dem soll nicht genügend sein. Die amerikanischen Kunden, und leider nur die, bekommen sogar noch sechs Monate Spotify Premium obendrauf. Hier dürfte Spotify und Samsung auch in anderen Ländern ein bisschen grosszügig sein, finde ich doch. Gehen wir aber einen Schritt weiter. Der Apple Streaming, genau, wie heisst das Teil? Doch, der Apple Streaming Dienst, Apple Music, ist der einzige, der sich nicht wehrt. Was ist passiert? Man hat die ganzen Spotify Streamer verklagt. Spotify, Google, Pandora, Amazon und was alles noch so rumfleucht. Man möchte ihnen mehr Lizenzgebühren aufbrummen. Das heisst, dass die Songwriter und die Musiker dahinter mehr Geld bekommen. Insgesamt sollen über 44% mehr Lizenzgebühren ausbezahlt werden. Das heisst, von 10,5% soll das Ganze hochgehen auf 15,1%. Und da sehen so ziemlich viele Firmen rot. Denn die wehren sich dagegen. Dazu gehören Spotify, Google, Pandora, Amazon und weitere, die eben genau gegen dieses Gerichtsurteil vorgehen möchten. Der Einzige, der das nicht tut, ist Apple. Die sind ja sowieso bekannt, dass sie relativ freundlich sind mit den Entwicklern und ihnen mehr geben als andere Plattformen. Und somit hat sich auch die Klägerschaft bei Apple bedankt, dass sie da nicht darauf vorgehen möchten. Und ich hoffe, dass alle anderen auch diesen Preis bezahlen dürfen. Also sprich, dass die Klage durchgeht und dass sie mehr Geld an die ganzen Songwriter und Verlage leider auch dahinter blechen müssen. Ich hoffe voran, dass die Musiker und diejenigen, die die Musik geschrieben haben, in Zukunft mehr bekommen. Die haben es auch verdient. Ja, dann gehen wir weiter, bleiben aber beim Thema Streaming, gehen aber von Audio auf Video über. Man weiss ja, dass Ende diesen Monats Apple seinen Dienst vorstellen wird. Wie der einmal auch aussehen mag, also man vermutet es ziemlich stark und es wird ziemlich sicher so sein, dass es so sein wird. Genau, gut Deutsch wieder mal. Ja, Disney hat sich das nicht nehmen lassen. Ihr Dienst wird ja irgendwann in der zweiten Hälfte starten. Das weiss man seit dem letzten Jahr schon ziemlich genau. Und sie wollten sich ein bisschen in die Karten blicken lassen. Es wird so sein, dass der Dienst Disney Plus heissen wird. Eigentlich einfach und simpel, kann man sich auch merken. Finde ich gut. Und da drin soll viel, 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 viel Content sein. Alle Filme, alle Serien, die Sony, äh Sony, genau, die Disney so produziert hat seit dem Jahre 1920, sollen da drin sein. Also sehr umfangreicher. Auch die alten Versionen der einzelnen Filme und Serien sollen da mit drin sein. Disney Produktion, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographics, etc. Der Umfang klingt doch schon mal sehr, sehr toll und ich bin sehr gespannt, was da so kommen wird. Und noch mehr gespannt bin ich dann, was ich dann schlussendlich wählen werde. Aktuell haben wir Netflix und ja, mal schauen, wenn dann der Apple-Dienst kommt und dann eben der Disney-Dienst, was da noch so bei uns hängen bleibt. Zu guter Letzt geht es noch um eine Gerichtsgeschichte, die schon länger am Laufen ist, seit 2015, glaube ich, 17. Ich denke, ihr mögt euch erinnern, wenn nicht, auch nicht schlimm. Qualcomm und Apple, die sind ja immer noch am Kämpfen. In Deutschland haben sie es ja geschafft gehabt, dass ein iPhone-Verkaufsstopp gegeben hat, welcher mittlerweile wieder aufgelöst wird. In den Staaten soll es da weitergehen, denn Qualcomm möchte auch da, dass keine iPhones oder die älteren iPhones nicht mehr verkauft werden. Zusätzlich möchte man 31 Millionen US-Dollar an Schadenersatz bekommen. Im gleichen Zug quasi versucht Apple, genau wie in Deutschland, gewisse Patente als ungültig zu erklären und hat da den ein oder anderen Zeugen, genau wie die Gegnerschaft natürlich auch. Es wird spannend und ich denke, das wird nicht das letzte Mal, wo wir was gehört haben über die beiden. Ansonsten, wenn es nicht interessiert, lasst es sein, euch einen wunderschönen Start in den Tag. Ich freue mich natürlich, wenn ihr auch morgen am Dienstag wieder mit dabei seid. Derweilen euch einen erfolgreichen und tollen Tag. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.